Drittes Kapitel Seine gänzliche Unerfahrenheit in der Sinnesart der Menschen bildete ihm ein, die Schwierigkeiten, die sich seinem Verlangen entgegenstellten, möchten wohl in das Wesen derselben gehören. Denn er bemerkte sehr fein und richtig, dass dieser Widerstand auch einen gewissen Reiz habe und sehr geschickt sei, den zu hoffenden Triumph dereinst desto mehr zu verherrlichen. Aber der Neuling in der Menschenkunde hatte keine Gedanken von der wahren Ursache dieser Widerschwänztigkeit seiner Herzensgebieterin. Er nahm als etwas Ausgemachtes an, dass ihr Herz so frei und unbefangen sei als das Seine und war der Meinung, dieses noch unberührte Grundstück gehöre nach allen Rechten ihm als dem ersten Besitznehmer zu. Doch das war ein großer Irrtum. Ein junger Grenznachbar an der Gestaden der Oder, Fürst Ratibor, hatte den süßen Minnetrieb in dem Herzen der Holdenemmer bereits angefacht und zur Ausbeute ihrer ersten Liebe davongetragen. Schon sah das glückliche Paar dem Tage der Vollziehung seiner Gelübde entgegen, als die Braut mit einem Male verschwunden war. Diese peinliche Nachricht verwandelte den liebenden Ratibor in einen rasenden Roland. Er verließ seine Residenz, zog menschenscheu in einsamen Wäldern umher und klagte dem Felsen sein Unglück. Die treue Emma seufzte unterdessen ihren geheimen Gram in dem anmutigen Gefängnis aus, verschloss aber ihre Herzensgefühle so fest in ihrem Busen, dass der spähende Gnome nicht enträtseln konnte, was für Empfindungen sich darin regten. Lange schon hatte sie darauf gesonnen, wie sie ihn über Listen und der lästigen Gefangenschaft entrinnen möchte. Nach mancher durchwachten Nacht sah sie endlich einen Plan aus, der des Versuchs würdig schien, ihn auszuführen. Der Lenz kehrte in die gebirglichen Täler zurück, der Gnome ließ das unterirdische Feuer in seinem Treibhaus abgehen, und die Rüben, die durch keine Einflüsse des Winters in ihrem Wachstum gehindert worden waren, gedient zur Reife. Die schlaue Emma zog täglich einige davon aus und machte damit Versuche, ihnen allerlei beliebigen Gestalten zu geben, dem Anscheine nach sich damit zu belustigen. Aber ihre Absicht ging weiter. Sie ließ eines Tages eine kleine Rübe zur Biene werden, um sie abzuschicken, Kundschaft von ihrem Geliebten einzuziehen. »Fleuch, liebes Bienchen, gegen Aufgang«, sprach sie, »zurathibur, dem Fürsten des Landes«, und summ sie ihm sanft ins Ohr, dass Emma noch für ihn lebt. Aber eine Sklavin ist, des Fürsten der Gnome, der das Gebirge bewohnt. »Verliehe kein Wort von diesem Gruße und bring mir Botschaft von seiner Liebe.« Die Biene flog alsbald von dem Finger der Gebeterin, wohin sie beordert war, aber kaum hatte sie ihren Flug begonnen, so stach eine gierige Schwalbe auf sie herab und verschlang zum großen Leidwesen des Fräuleins die Botschafterin der Liebe mit allen Nachrichten. Darauf formte sie Vermöge des wunderbaren Stabes eine Grille, lehrte ihr gleichen Spruch und Gruß, »Hüpfe, kleine Grille, über das Gebirge zu Ratibur, dem Fürsten des Landes, und zirpe ihm ins Ohr. Die treue Emma begehre Erledigung ihrer Banden durch seinen starken Arm.« Die Grille flog und hüpfte so schnell sie konnte, auszurichten, was ihr befohlen war. Aber ein langbeiniger Storch promenierte eben an dem Wege, darauf die Grille zog, erfasste sie mit seinem langen Schnabel und begrub sie im Verlies seines weiten Kropfes. Diese misslungenen Versuche schreckten die Entschlossene immer nicht ab, einen neuen zu wagen. Sie gab der dritten Rübe die Gestalt einer Älster. »Schwanke hin, beredsamer Vogel«, sprach sie, »von Baum zu Baum bist du gelangst zu Ratibur, meinem Bräutigam. Sag ihm an meine Gefangenschaft und gib ihm Bescheid, dass er meine Harre mit Ross und Mann den dritten Tag von heute an der Grenze des Gebirges im Marientale bereit, den Flüchtling aufzunehmen, der seine Ketten zu zerbrechen wagt und Schutz von ihm begehrt.« Die zweifarbige Arglaster gehorchte, flatterte von einem Ruheplatz zum anderen und die sorgsame Emma begleitete ihren Flug, so weit das Auge trug. Der harmvolle Ratibur irrte noch immer melancholisch in den Wäldern umher, die Rückkehr des Lenzes und die wiederauflebende Natur hatten seinen Kummer nur vermehrt. Er saß unter einer schattenreichen Eiche, dachte an seine Prinzessin und er seufzte laut. »Emma«, alsbald gab das vielstimmige Echo ihm diesen geliebten Namen einschmeichelnd zurück, aber zugleich rief auch eine unbekannte Stimme den Seinigen aus. Er horchte hoch auf. Sah niemand, wehnte eine Täuschung und hörte den nämlichen Ruf wiederholen. Kurz darauf erblickte er eine Älster, die auf den Zweigen hin und her flog, und ward inne, dass der gelehrige Vogel ihn beim Namen rief. »Armer Schwätzer«, sprach er, »wer hat dich gelehrt, diesen Namen auszusprechen, der einem Unglücklichen zugehört, der wünscht, von der Erde vertilgt zu werden, wie sein Gedächtnis.« Hierauf fasste er wütig einen Stein und wollte ihn nach dem Vogel schleudern, als dieser den Namen »Emma« hören ließ. Dieser Talisman entkräftete den Arm des Prinzen. Frohes Entzücken durchschauerte all seine Glieder, und in seiner Seele bebte es leise nach. »Emma«, aber der Sprecher auf dem Baume begann mit der dem Älster-Geschlecht eigenen Wohlredenheit den Spruch, der ihm gelehrt war. Först Ratibor vernahm nicht so bald diese fröhliche Botschaft. So war's hell in seiner Seele. Der tödliche Gram, der die Sinne umnebelt und die Federkraft der Nerven erschlafft hatte, verschwand. Er kam wieder zu Gefühl und zu Besinnung und forschte mit Fleiß von der Glücksverkünderin nach dem Schicksale der Holten-Emma. Aber die gesprächige Älster konnte nichts als mechanisch ihre Lektion ohne aufzuhören zu wiederholen und flatterte davon. Schnellfüßig eilte der auflebende Menschenfeind zu seinem Hoflager zurück, rüstete eilig das Geschwader der Reisigen, saß auf und zog mit ihnen hin ans Vorgebirge seiner guten Hoffnung, das Abenteuer zu bestehen. Fräulein Emma hatte unterdessen alles vorbereitet, ihr Vorhaben auszuführen. Sie ließ ab, den duldsamen Gnoben mit törendem Kaltzinn zu quälen, ihr Auge sprach Hoffnung und ihr Spreudersinn schien beugsamer zu werden. Den folgenden Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, trat die schöne Emma geschmückt wie eine Braut hervor, mit allem Geschmeide belastet, das sie in ihrem Schmuckkästlein gefunden hatte. Ihr blondes Haar war in einem Knoten geschürzt, den eine Myrtenkrone überschattete. Der Besatz ihres Kleides flinkerte von Juwelen, und da ihr der harrende Gnome auf der großen Terrasse im Lustgarten entgegenwandelte, bedeckte sie züchtig mit dem Ende des Schleiers ihr schamhaftes Angesicht. »Himmlisches Mädchen«, stammelte er ihr entgegen, »lass mich die Seligkeit der Liebe aus deinen Augen trinken und weigere mir nicht länger den bejahenden Blick, der mich zum glücklichsten Wesen macht, das jemals die rote Morgensonne bestrahlt hat.« Das Fräulein aber machte ihre Schleierwolke noch dichter um sich her und gegenredete gar bescheidendlich also. »Vermag eine Sterbliche dir zu widerstehen, Gebieter meines Herzens? Deine Standhaftigkeit hat obsiegt, aber bange Ahnung zerreißt meine Seele. Woran soll ich erkennen, dass du stets ein so zärtlicher, liebevoller Gemahl sein werdest, wie du als Liebhaber es warst?« Er antwortete, »fordere einen Beweis meiner Treue und der Gehorsam in Ausrichtung deiner Befehle, oder stelle meine Geduld auf die Probe und urteile daraus von der Stärke meiner unwandelbaren Liebe.« »Es sei also«, beschloss die schlaue Emma, »ich erheische nur einen Beweis deiner Gefälligkeit. Gehe hin und zähle die Rüben alle auf dem Acker. Mein Hochzeitstag soll nicht ohne Zeugen sein. Ich will sie beleben, damit sie mir zu Grenzjungfrauen dienen. Aber hüte dich, mich zu täuschen, und verzähle dich nicht um eine, denn das ist die Probe, woran ich deine Treue prüfen will.« So ungern sich der Gnome in diesem Augenblicke von seiner reizenden Braut trennte, so gehorchte er durch Sonderverzug, machte sich rasch an sein Geschäft und hüpfte hotig unter den Rüben herum. Er war durch diese Geschäftigkeit mit seinem Additionsexempel bald zustande. Doch um der Sache recht gewiss zu sein, wiederholte er die Durchzählung nochmals und fand zu seinem Verdruss einen Fehler in der Rechnung, welcher ihn nötigte, zum dritten Mal den Rübenpöbel durchzumustern. Aber auch diesmal ergab sich eine neue Differenz, und das war eben nicht zu verwundern. Die verschmitzte Emma hatte ihren Ritter nicht so bald aus den Augen verloren, als sie Anstalt zur Flucht machte. Sie hielt eine fast volle, wohlgenährte Rübe in Bereitschaft, die sie flugs in ein Ross mit Sattel und Zeug verwandelte. Rasch schwank sie sich in den Sattel, flog über die Heiden und Steppen des Gebirges dahin, und der flüchtige Pegasus wiegte sie, ohne zu straucheln, auf seinem sanften Rücken hinab ins Mariental, wo sie den geliebten Ratibor, der der Kommenden ängstlich entgegen hatte, sich fröhlich in die Arme warf. Der geschäftige Gnome hatte sich indessen so in seine Zahlen vertieft, dass er von dem, was um und neben ihm geschah, so wenig wusste, als der rechnende Newton von dem geräuschvollen Siegesgepränge, der Bentheimer Schlacht, das unter seinem Fenster vorüberzog. Nach langer Mühe und Anstrengung seiner Geisteskraft war es ihm endlich gelungen, die wahre Zahl aller Rüben auf dem Ackerfelde, klein und groß mit eingerechnet, gefunden zu haben. Er eilte nun froh zurück, sie seiner Herzensgebieterin gewissenhaft zu berechnen und durch die pünktliche Erfüllung ihrer Befehle sie zu überzeugen, dass er der gefälligste Gemahl sein werde. Mit Selbstzufriedenheit trat er auf den Rasenplatz, aber da fand er nicht, was er suchte. Er lief durch die bedeckten Lauben und Gänge, auch da war nicht, was er begehrte. Er kam in den Palast, durchspähte alle Winkel desselben, rief den holden Namen Emma aus, den ihm die einsamen Hallen zurücktönten, begehrte einen Laut von dem geliebten Munde, doch da war weder Stimme noch Rede. Das fiel ihm auf. Er merkte Unrat. Flugs warf er das schwerfällige Phantom der Verkörperung ab, wie ein träger Ratsherr seinen Schlafrock, wenn vom Turme der Feuerwächter Lärm bläst, schwang sich hoch in die Luft und sah den geliebten Flüchtling in der Ferne, als eben der rasche Gaul über die Grenze setzte. Wütend ballte der ergrimmte Geist ein paar friedlich vorüberziehende Wolken zusammen und schleuderte einen kräftigen Blitz der Fliehenden nach, der eine tausendjährige Grenzeiche zersplitterte. Aber jenseits derselben war der Gnomenrache unkräftig und die Donnerwolke zerfloss in einem sanften Heiderauch. Nachdem er die oberen Luftregionen verzweiflungsvoll durchkreuzt, seine unglückliche Liebe den vier Winden geklagt und seine stürmende Leidenschaft ausgetobt hatte, kehrte er trübsinnig in den Palast zurück, schlicht durch alle Gemächer und erfüllte sie mit Seufzen und Stöhnen. Nachher besuchte er noch einmal den Lustgarten, doch diese ganze Zauberschöpfung hatte keinen Reiz mehr für ihn. Ein einziger Fußstapfen der geliebten Ungetreuen in den Sand gedrückt, den er bemerkte, beschäftigte seine Aufmerksamkeit mehr als die goldenen Äpfel an den Bäumen und die buntfarbige Ausfüllung der Buchsbaum-Schnörkel auf den Blumenstücken. Die Ideen des wuniglichen Genusses erwachten wieder an jenem Platze, wo sie vormals ging und stand, wo sie Blumen gepflückt oder ausgezupft, wo er sie oft unsichtbar belauscht, oft mit der körperlichen Hülle umgeben, trauliche Unterredung mit ihr gepflogen hatte. Alles das wirkte und knotete ihn so zusammen, presste und rückte ihn der Gestalt, dass er unter der Last seiner Gefühle in dumpfes Hinbrüten versank. Bald danach brach sein Unmut in grässliche Verwünschungen aus und er vermaß sich höchlich, der Menschenkenntnis ganz zu entsagen und von diesem argen, betrügerischen Geschlechte ferner keine weitere Notiz zu nehmen. In dieser Entschließung stampfte er dreimal auf die Erde und der ganze Zauberpalast mit all seiner Herrlichkeit kehrte in sein ursprüngliches Nichts zurück. Der Abgrund aber sperrte seinen weiten Rachen auf und der Gnome fuhr hinab in die Tiefe bis an die entgegengesetzte Grenze seines Gebietes, in den Mittelpunkt der Erde und nahm Bitterkeit und Menschenhass mit dahin. Während dieser Katastrophe im Gebirge war Fürst Ratibor geschäftig, die herrliche Beute seiner Wegelagerung in Sicherheit zu bringen, führte die schöne Emma mit triumphalischem Pomp an den Hof ihres Vaters zurück, vollzog da selbst seine Vermählung, teilte mit ihr den Thron seines Erbes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch seinen Namen trägt bis auf diesen Tag. Das sonderbare Abenteuer der Prinzessin, das ihr auf dem Riesengebirge begegnet war, ihre kühne Flucht und glückliche Entrinnung, wurde das Märchen des Landes, pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht fort bis in die entferntesten Zeiten. Selbst die Inwohner der umliegenden Gegend, die den Nachbar Berggeist bei seinem Geisternamen nicht zu nennen wussten, legten ihm einen Spottnamen auf, riefen ihn Rübenzähler oder kurzab Rübezahl. Untertitelung des ZDF, 2020